Naja, die Logik ist ja, wir haben ja davon als Deutschland verdammt gut gelebt mit dem billigen Gas. Ein Teil unseres Wunders hat auch mit niedrigen Preisen zu tun, auch beim Gas, auch bei anderen Dingen. Ob es jemals Gas noch aus Russland geben wird, ist im Moment eine fiktive Frage. Aber ausschließen sollte man das nicht. Also was wäre denn ein anderes Russland, warum sollte man mit dem nicht auch Partnerschaften eingehen? Und die jetzige Situation, dass wir dann versuchen, Gas aus Katar zu bekommen, dass in Saudi-Arabien Olaf Scholz dann freundlich dem Schlechter von einem Journalisten, Khashoggi, der in der Botschaft umgebracht wird, die Hand gibt und wir sind ganz freundlich zu denen. Ich finde das alles hochproblematisch. Ich finde es hochproblematisch, wertegeleitete Außenpolitik ist ein Anspruch, der dann überall gelten muss.